Freunde, was geht ab? Hier ist der Calvin und in diesem Video gibt es einen ausführlichen Erfahrungsbericht nach sieben Tagen Twitch-Nutzung. Kurze Erklärung, ich habe mich vor sieben Tagen dafür entschlossen, Twitch zu testen. Ich hatte da schon einen Account, aber war da definitiv nicht aktiv und aufgrund der Tatsache, dass immer mehr von euch gesagt haben, geh doch mal auf Twitch, geh doch mal auf Twitch, habe ich mich jetzt dafür entschlossen, sieben Tage lang das Ganze jetzt einfach mal zu testen und wer mich kennt, weiß, wenn ich etwas mache, dann richtig. Und da war jetzt einfach auch ein perfekter Zeitpunkt. Ich habe Fokus gehabt, ich habe Bock gehabt, ich habe Zeit gehabt. Der Danny aus meinem Team hat mich inspiriert, der ist so ein bisschen vorausgerannt und hat es getestet. Ich habe es mir da angeschaut. Ja und in den sieben Tagen habe ich einiges probiert und will euch jetzt einfach mal daran teilhaben lassen und gerade diejenigen unter euch, die jetzt sagen, oh Twitch, ja, schon mal gehört oder kenne ich nicht oder zu kompliziert oder verstehe ich nicht, will ich jetzt einfach mal so meine Erfahrung schildern, weil ich ja jetzt auch noch Anfänger bin, wie es sich anfühlt, was die Unterschiede sind zu anderen Plattformen und so weiter. Also zuerst einmal, Twitch ist eine Social Media Plattform, die auf Live Streamings ausgelegt ist. Und ja, dort findest du unheimlich viele Gamer, also E-Sport, elektronischer Sport, also die ganzen Zocker, Playstation, PC, die streamen da ihre Games. Das ist so der Kern der Plattform. Ich habe die letzten sieben Tage nicht einmal Playstation gezockt, also zumindest nicht live auf Twitch und habe nur mit anderen Themen gestreamt und es gibt auch in der Tat andere Themen. Bevor ich tiefer drauf eingehe, zeige ich euch das Ganze mal, indem wir einfach mal auf meinen Bildschirm wechseln. Also ich habe jetzt mal Twitch geöffnet, um dir das zu zeigen und ich gehe gleich noch tiefer drauf ein, wo so die Unterschiede liegen und so weiter. Also zu anderen Plattformen. Zuerst einmal, wenn du hier oben auf Durchsuchen gehst, siehst du ja verschiedene Kanäle. Also die sind nach Spielen sortiert und so zwischendrin Wissenschaft und Technik, da unterhält man sich nur. Kunst ist eine Sektion, wo ich gerne bin. Und du siehst natürlich im Vergleich zu anderen, da ist natürlich deutlich weniger los. Was aber auch meiner Meinung nach bedeutet, da ist unheimlich viel Potenzial, um da aktiv zu sein. Also so sieht Twitch aus. Und wenn man jetzt mal auf meinen Kanal geht, also ich heiße da jetzt Calvin Hollywood Live, dann sieht man, das ist so mein Startbildschirm und du findest auch die Aufzeichnungen vergangener Livestreams. Also Realtalk, Film- und Serientalk, Artworks habe ich hier produziert. Und diese Aufzeichnungen, also wenn du einen Livestream machst, der bleibt jetzt bei mir 14 Tage stehen. Du hast ein ganz normales Infoboard, wo du ein bisschen was reinballern kannst, kannst einen Zeitplan erstellen, wann du online bist. Hier deine Videos. Ich mache mal nur die Videos. Man kann auch Clips abspeichern. Das sind bisher die Aufzeichnungen. Und so sieht es dann aus. Und die kann man jetzt auch noch nachträglich anschauen. Also das erst mal zur Übersicht. Wo liegen jetzt die Unterschiede zu anderen Social Media Plattformen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Einstieg in Twitch live zu gehen, der ist extrem schwer. Also extrem schwer, wenn man sich nicht gut auskennt. Am Handy geht es noch. Also wenn du die Twitch App hast, kannst du einmal mit dem Handy live gehen, wie du es von anderen Plattformen kennst. Aber am Computer brauchst du ein Tool dafür. Da gibt es zum Beispiel Streamlabs. Ich nutze zum Beispiel OBS. Und bei OBS ist es so, und ich zeige dir das gerne nochmal, musst du erst mal alles einrichten. Das bedeutet, jetzt haben wir hier eine Bild-in-Bild-Funktion, aber das ist jetzt egal. Ich habe hier meine Kamera, mein Desktop und ich meine, das geht noch. Also das ist nicht so schwer, wie man vermutet, aber du musst dir das halt alles erst mal einrichten. Da kann man sich auch dabei helfen lassen, beziehungsweise gibt es auch Tutorials. Wer jetzt zum Beispiel E-Cam nutzt oder Zoom-Calls macht, da gibt es dann schon einen Button Bildschirmfreigabe, wo man draufdrückt. Das ist bei OBS. Wie gesagt, du musst dir halt erst mal alles einrichten. Aber nochmal, ich bin da eine Pfeife drin und deswegen finde ich es schwer. Andere würden sagen, Mensch, das ist doch ein Kinderspiel. Und dann holst du dir von der Twitch-Plattform ein Streaming-Key. Den findest du und den fügst du einfach bei OBS ein und dann kannst du live gehen. Ja, also es ist nicht so einfach, dass du einfach nur einen Knopf drückst und gehst live. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, Twitch ist am Anfang etwas bunt und etwas meiner Meinung nach überladen, weil du halt sehr viele Möglichkeiten hast, mit der Community zu interagieren. Was mir auch ein bisschen fehlt, du hast keine Profilbilder. Also Leute können Profilbilder haben, aber die meisten haben keine Profilbilder, wilde Namen. Da muss man auch erst mal ein bisschen reinkommen. Es ist alles ein bisschen anonymer gehalten. Aber ansonsten muss ich sagen, dass was das Livestreamen angeht, unheimlich viel Potenzial da ist. Also auch die Community vor Ort, da kennt man vieles schon. Leute kommentieren bei Ja, Zustimmung eine Eins, bei Nein zwei und so weiter. Also die Plattform, du merkst es halt, ist auf Livestreams ausgelegt und unterstützt es auch wirklich extrem. Wenn du siehst, also es gibt so ein paar Kriterien zu erfüllen, dann kannst du auch Affiliate werden. Das bin ich jetzt nach sieben Tagen und diese Kriterien sind nicht schwer. Also du musst sieben Tage, also innerhalb von einem Monat sieben Tage streamen, mindestens, glaube ich, sieben bis acht Stunden und im Schnitt drei Zuschauer haben. Das geht. So. Und dann kannst du damit auch Geld verdienen. Also dann kannst du zum Beispiel auch splitten. Also du kannst sagen, der Livestream ist jetzt zum Beispiel nur für diejenigen, die abonniert haben. Also nur die können dann auch kommentieren und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Twitch ist man da sehr offen. Auch Donations, die Spenden kannst du dann machen. Also es ist wirklich viel einfacher, damit Geld zu verdienen, auch wenn ich so eine Tour, aber die Einstiegshürde ist geringer wie zum Beispiel bei YouTube. Da gibt es zwar auch so ein Modell mit Abonnieren, aber über Werbeeinnahmen, wie willst du mit Instagram Geld verdienen, das ist nicht so schnell. Und hier auf Twitch ist es deutlich schneller. Ich habe aber auch noch nicht alles verstanden, weil wie gesagt, das sind die Erfahrungen nach sieben Tagen. Bitte korrigiert mich, wenn ich was falsch erzählt habe. Ich bin wirklich noch Anfänger, aber dann kommen später schon mal noch Kanalpunkte, Bits, Cheers, wo die Leute dich supporten können. Also es wird auf dieser Plattform einfach gemacht, dass die Community dich supporten kann und du sehr interaktiv mit der Community sein kannst. Eine Sache noch am Ende, Freunde. Ich muss immer auf meinen Ton gucken, dass ich so laut bin. Eine Sache, ich bin ja noch auf meinem Bildschirm die ganze Zeit. Mensch, das wollte ich gar nicht. So, eine Sache noch, Leute, die ich bei Twitch total feiere. Und zwar, du kannst mit anderen jetzt zwar nicht gleichzeitig live gehen, zumindest nicht visuell, wie man das vielleicht bei Instagram kennt, aber eine Sache ist verdammt geil. Wenn du fertig bist mit deinem Livestream und hast angenommen zehn Leute da drin, dann kannst du dir einen Kanal raussuchen von jemand anderem, der gerade live ist und deine Leute weiter schicken auf den Kanal. Das nennt man Raiden. Du kannst auch hosten, aber ich gehe jetzt mal über dieses Raiden. Da will ich noch was sagen, weil ich feiere das total. Ich habe zum Beispiel im Schnitt irgendwie 50 Leute drin. Und wenn ich dann fertig bin, dann suche ich mir einen kleinen Streaming-Kanal raus, meistens aus dem Bereich Kunst, wo jemand was reduziert und so. Und dann schicke ich alle meine Leute zeitgleich darüber. Das ist ein Klick und die sind dann bei dem auf dem Kanal. Und Leute, die freuen sich so, wenn auf einmal statt 0 Besucher oder 1 Besucher 40 Besucher drin sind und der Chat rennt. Du kannst anderen so schnell eine Freude machen. Und Leute, das soll zu meinem... Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Bevor ich rausgehe, schicke ich euch immer weiter auf einen schönen Kanal, wo ich denke, da gibt es jemand Mühe. Und wir supporten uns gegenseitig, andere. Weil ich habe jetzt den Vorteil auf Twitch. Ich habe ja von meinen anderen Communities die Leute auf Twitch gebracht. Und die Möglichkeit haben andere nicht. Die starten einfach frisch und haben dann null Zuschauer. Und es ist unheimlich einfach, andere zu supporten. Okay, also mir macht es unheimlich viel Spaß. Wenn du mit mir die Plattform erkunden willst, du findest meinen Twitch-Account in der Videobeschreibung. Geh da gerne drauf, leg deinen Account an. Ich glaube, da ist unheimlich viel Potenzial. Also es gibt auch Leute, die Fitness machen, Musik machen und andere Dinge. Aber es ist so schwach vertreten. Leute, das ist, wie soll ich das sagen? Das war wie damals, als Facebook-Gruppen noch nicht so aktiv waren. Du bist in die Suche gegangen, konntest jeden Namen in der Facebook-Gruppe eingeben und es gab noch keine Gruppe. Und bei Twitch jetzt, es ist der Wahnsinn. Deswegen, nutzt es gerne. Aber er wartet nicht, nur weil er es jetzt nutzt, dass die Follower nach oben schießen. Am Anfang ist es halt so, dass man vielleicht auch ein paar Mal darauf hinweisen muss. Also, Fazit, eine auf Livestream ausgelegte Plattform. Ich mache eh schon seit Jahren fast jeden Tag einen Livestream. Daher nutze ich das jetzt und bin mega zufrieden und werde da mit Sicherheit noch weitermachen. Freunde, ich halte euch auf dem Laufenden. Poste mir gerne deine Meinung. Bitte deine Ergänzung, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe. Bitte korrigiere mich und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. In diesem Sinne, Freunde, bis morgen.